Herzlich Willkommen bei Padaustorus. Wir spielen Yoshis Woolly World. Und das ist hier wahrscheinlich die letzte Stage. Die wundervolle Wollwelt mit der Anja und dem Mich. Und wir können gar nicht mehr viel machen. Nix Geld. Ach, ich mach hier mal Genetikus Maximus. Ich mach nix. Nixikus. Ich könnte schnuffeln, hilf dir. Nein, los. Oder alle Knollchen. Gib mein Geld nicht aus. Füßodainz. Alles meins, meins, meins. Hört ihr das? Hört ihr das? Geld, 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 Geld. Oh mein Gott. Vier ist echt mies. Hundert Prozent. Dumm, süß. Vor allem so dieser Trennstrich zwischen den Beinen. Ey, das ist die Narbe von Harry Potter. Die man noch... Ja, fast, ne? Das sieht noch zu freundlich aus. Ja. Warte mal, ich schubbe dich dagegen. Oh, da ist ein Pfeil. Was ist da los? Was ist da los? Oh mein Gott, das geht ganz schön schnell. Ähm. Oh. Warte. Oh, ich wollte dich dann wieder auffangen, aber es... Das geht anscheinend nicht. Super geklärt. Das habe ich mir alles vorgestellt. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt hätte ich auf ihn raufspringen müssen. Habe ich verkackt. Komm mal her, komm mal her. Warte, warte, warte. Nee, nee, nee. Ich mache das nicht mehr mit. Denn eben so. Oh, wo kam die denn her? Boah, was ist das schrullige Pflanze? Was ist denn das? Iiiiih. Die ist ja eklig. Oh, jetzt hat es mich erwischt. Oh Gott. Ich bin ja kacke. Oh, jetzt hast du... Oh, Anja. Kommst du hier irgendwann noch rüber? Ja. Ah, ich schlucke dich runter. Ah, ah. Meins ist denn noch nicht? Meins. Oh Gott, da wird einer. Nicht mehr lange. Ah. Ich glaube, ich will die Dinger ja. Ich dachte, ich bin magnetisch. Ja, ist... Oh. So. Aber die hole ich auch. Lass mich das ruhig machen. Ich bin magnetisch. Oh, ich wollte dich in der Luft noch wegsmacken. Jetzt kannst du mich. Futter. Viel Fraß. Oh. Ehh. Oh. Oh Gott, wird das hier runter? Ist hier oben vielleicht? Ne. Oh Gott. Ob der Bowser kommt, der hier so rum... Wessen willst du mich noch hochspucken? Warte. Meinst du hier? Ja. Ne, ist nichts. Aber du kannst die runter schlocken, wenn du Bälle brauchst. Oh, jetzt kommen keine mehr. Kommst du? Ich sehe nichts. Oh, was ist denn los? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah. Abgefackelt. Alter. Komm mal ein bisschen hinterher, alter Mann. Oh, mir reicht's. Mir reicht's mit dir, ey. Ja, ich versuche immer, die Bälle einzudringen. Nee, klappt wohl nicht so gut. Oh Gott, sind die nicht. Ah. 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 Oh. Sind die neu? Hatten wir die schon mal? Also ich weiß, als Boss hatten wir ihn schon, ja. Oh, jetzt haben wir eine zweite Blume. Die vierte soll ja richtig mies sein. Mal gucken, wo die ist. Haar. Ich will die Scheche nicht finden. Oh, 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 was macht er da? Hör dich ja stechen. Siehst du doch? Oh, 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 oh. Einfach runtergeholt. Nee. Oh, oh. Oh, mein Gott. Tschüss. Tschüss, ihr Schatz. Ah. Ah, der hättest du einen Scheiß, der hättest du runterfallen lassen sollen. Jetzt kommst du da nicht mehr hin. Wieso? Weil der hätte die Blubberblasen kaputt gemacht. Na, der links macht den noch kaputt, oder nicht? Nein, nein. Hier drüber hing einer, auf den du raufkommst. Ach so. Ja, aber warte, 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 warte. Komm mal her, vielleicht kriege ich dich da so ums Eck gespuckt. Ja, ähm. Ähm. Oh. Oh ja, siehst du, siehst du? Ah, man muss das, man muss das trotzdem in echt sammeln. Kommst du runter? Ich bin unter echt. Ja, es funktioniert nicht immer so, wie man sich das vorstellt. So. Jetzt, so. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Unsere leichteste... Oh, ja. Übung. Ich will dieses Ding haben. Komm. Flieg, flieg, flieg. Da musst du fliegen. Ja. Ja, das hat nicht so funktionieren. Nein. Ja, jetzt kommt noch runter. Mein Gott, ey. Hat doch gemerkt, dass das nicht weg klappt. So, wie machen wir das jetzt? Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Na, danach kannst du nicht, ne? Ich kann nicht gleich danach beim Flugmodus übergehen. Ha. Wir schaffen das. Ein Versuch noch. Oh Gott. Ist das denn da ernst? Das ist immer noch so. Was kannst du? Kriegt man das nicht kaputt irgendwie? Und hier war echt ein Typ? Ich meine, die anderen misspawlen ja auch immer, oder nicht? Na, den hast du mit ihm eine Knolle abgeflankt. Ich glaube, ich konnte er nicht runterfallen. Hm. Wisse. Wir könnten, wenn wir beide sterben, oder? Dann misspawlt er doch hier. Hm. Warte mal. Ha. Ja, eigentlich schon eine... Oh. Na, doch so viel. Super. Da sprunnen wir vor, Leute. Äh. Oh. Oh. Wie er nicht gesprungen ist. Flüchtig. Gut. Jetzt schleift wir hier eine. Oh, jetzt komm endlich. Ja. Kann ich jetzt nicht so super gut steuern. Wenn ich jetzt magnetisch... Und da sind wir wieder an den, äh, Ort der Geschehnisse. Und, äh, werden es diesmal nicht verkacken. Oh, und hängst schon wieder zurück. Komm jetzt. Los, komm jetzt. Komm jetzt. Ach, so. Dieses Elend. Ui. 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 So, und diesmal mache ich hier kein kaputt. Der hat mich zerstört, sagst du. Siehst du? Warum habe ich das gemacht? Ja, weiß ich nicht. Ja. Tada. Gar nicht so schwer. Oh, hier ist auch einer. Ja. 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 Oh mein Gott, dieser Fisch. Fisch? Das sind doch Fische. Das sind Geister. Das sind doch keine Geister. Doch. Doch. Ich finde, das sieht aus wie ein Flieger der Fisch. Dann guck. Wenn das Geister sind, dann weiß ich es ja nicht. Oh, meinst du, das sind Fische? Jetzt irritiere ich mal nicht. Oh, das bin ich. Ist dahinter was? Oh, oh. Oh. Lauf doch durch da. Verdammte Schande. Hm. Wahrscheinlich zu sein. Ja, kannst durchgehen. Ja, ja. Kannst durchgehen. Und du gehst. Das sagst du mir nicht in deine Richtung. Hm. Muss ja gucken, ob es sicher ist. Hinter uns ist sie ja. Oh. Mann. Wo bin ich denn? Ja. Soll ich wirklich fressen? Zu Recht. Hallo. Meinst du, die machen nochmal so ein Spiel? Ich denke. Oh. Dann ist die Frage, mit wem? Mit Kirby gibt es das jetzt schon. Und dann gibt es das auch mit Yoshi. Aber wer kann noch kommen? Was soll denn das da oben? Ah, für die Feinde. Ja, du bist so clever, ey. Ah. Ich hätte auch mal die Augen aufmachen. Hallo, ich habe die gesehen. Ja, so. Mein Gott. So, schwimme ich halt. Ob man da oben hätte hoch müssen? Für ein Item? Bestimmt. Spielst du auf die letzte Blume? Die vierte? Oh. Mein Gott. Denk da mal ein bisschen mit. Oh Gott. Oh, ich habe das Blaue fast gar nicht gesehen. Hat er dich gerade weggesnackt? Ja. Egal. Oh, oh, oh. Pusch. Ähm. Oh. So, so habe ich. Oh Gott. Es kommt zurück. Er kommt auch wieder zurück. Wie er gerade losflattern wollte. So, hier ist nichts. Oh. Ähm. Geht das jetzt hoch irgendwie? Oh, oh, oh. Ach, du Schande. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh Gott. Scheiße, hä? Da rechts hätte man irgendwas reinmachen müssen. Da waren so ein keiner schmaler Gang, oder? Ja, da kommen die Pinguine raus. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Geh da weg. Mann, ey. Der kann ich ja nicht. Oh, nee. Ja, zum Glück wurdest du gefressen. Ich habe einen Pinguine im Mund. Was, wenn ich dich jetzt esse? Habe ich dann einen Pinguine im Mund? Ich denke nicht. Wenn du jetzt wieder rauskommst, hast du noch einen Pinguine im Mund? Nein. Nee. Oh nein. Nicht Schnuffel. Oh doch. Da kommt er durch, oder? Nee. Ach, muss das Kamek verwandeln, oder? Da. So. Puff. Oh, da werden er geht. Ah. Los. Oh, mein Gott, Schnuffel. Schnuffel, du bist überhaupt nicht im Weg, ne? Schnuffel, verbrennt. Elendig. Geh, Gummim. Bist du, Schnuffel. Ja. Schnuffel, du darfst jetzt einmal nach rechts gehen. Voll trottet. Oh, Schnuffel, du bist so kacke. So. Jetzt tu es. Oh. Nimm mich. Nimm mich. Schnuffel, komm. Oh, Anja, warum, warum bist du denn? Kannst du mir das mal erklären, warum du nicht einfach nach rechts gegangen bist? Jetzt komm, drück dich aus, oder so. Weißt du, Schnuffel guckt ja auch ein bisschen in die Richtung, in die man selber guckt. Und wenn du ihn danach verwirrst mit deiner Kacke, kommt, oh, komm her jetzt. Mann. Ich wünsche mir den Pat zurück. Hallo. Pat, wenn du das hörst, komm wieder. Du mal lieber auf deinen ollen Schnuffel da. Ja, Schnuffel, komm. Schnuffel, komm. Oh, es ist... Ach, es ist doch... Aber warum? Ja, einfach nur, um dich zu trollen. Meinst du? Da oben muss was sein. Warte, ich pfeffer dich da hoch. Ähm. Das hat super gemacht. Komm, lenkt doch ein bisschen nach rechts, dann... Nach rechts, weißt du nicht, wo rechts ist. Das ist links, wo du ihn lenkst. Ja, hä, bist du bescheiden? Hier, wo ich bin, ist rechts von dir gewesen. Das kann man jetzt nicht dein Ernst sagen. Ja, warum guckst du denn nach links? Er hört auf dich, weil du erster Player bist. Es geht doch nicht um Schnuffel. Es geht darum, dass du nach rechts hier gehst, weil du nach hier hoch solltest. Jetzt komm doch runter. Anja! Mann, ey. Ja, wozu soll ich da runter? Oh, du Kack-Noob. Ich will dich da hochschleudern. Weil das sicherlich ein Geheimnis ist. Ein Scheiß wird da sein. Mein Gott. Ja, klappt super. Ja, warte, ich hab's verkackt. Ist doch egal. Jetzt komm wieder runter. Komm wieder runter. Lass dich fressen. So. Ah! Da war... Du hast doch gelebt! Beweg dich doch! Das wusste ich nicht. Nein! Nein! Oh, ich hasse dich. Komm, das schwimmen wir dann wieder vor. Anja, das spielt doch nicht so scheiße. Ah! Dann stresst mich nicht. Ja, du spielst echt schlecht. Oh. Du gewöhnst dich immer so dran, dass du nicht spielst. Und wenn du da mal was machen sollst, dann machst du immer nichts mehr. Ja, du spielst das alleine spielst, aber von Anfang an. Ich hab dir das gesagt. Du wolltest ja nicht auf mich hören. Keine Ahnung, das ist so schlecht, bis der Jump in uns. Nico, das hätte dir schon, dass ich Yoshi runtergeschmissen hab. Das hätte ich schon zeigen müssen, von welcher Natur ich bin. Von welcher Natur ich bin. Geh durch. Geh doch einfach durch. Ich warte aber auf dich, Mann. Schreib mich doch nicht an. Das ist eh los hier. Ach, leck mich. Karma. Karma macht dich krank. Oh, hast du es mal? Trink. Oh, schlaufe. Nichts? Nichts. Ach Gott. So, was kommt jetzt? Oh nein, das ist doch so ein Tuch-Scheiß, oder? Könnte sein. Oh Gott, nein. Tod. Ja. Oh mein Gott. Ganz langsam. Oh, okay. Wollten wir fehlen? Yes. Ein komplett weißer Hirsch. Oh Gott. Oh, oh, oh. Habe ich mich verschnuffelt erschrocken. Nimmst du die mit? Warte, ist hier unten irgendwas? Ne. Yo. Yoshi. Achso. Komm runter. Oh mein Gott. Sollten wir es wirklich geschafft haben? Los. Zieh, 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 zieh. Ohne Schnuffel? Ja, weiß nicht. Komm, Schnuffel. Ah. Schnuffel dich. Nein. Schnuffel, verwandle dich in eine Blume. Ja, genau. Verwandle dich. Oh mein Gott. Das war ja gar nicht... Puh. Das war schon richtig nervig. Wundervolle Wollwelt. Die ist so schön. Also viel, ne? Aber der erscheint echt komplett weiß zu sein. Vielleicht ein Wolken-Yoshi. Vielleicht ein Wolken-Yoshi. Bestimmt. Also auf jeden Fall ein Woll-Yoshi. Haha. Hm. Ein Wolken-Yoshi mit zwei L. Der vierte ist echt mies. Ich hab keine Ahnung. Da war jetzt keiner an sich schwer. Wir haben die nur an schwierigeren Stellen vermutet. Hm. Dumm-Wüß. Kameke ist jetzt auch nicht besonders hoch. Gratis. Jetzt. Jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen. Lass stecken. Boah, was schlüpft da jetzt aus dem Ei? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Da. Oh mein Gott, der glänzt ja. Platin-Yoshi. Oh mein Gott, der glänzt ja durch dich. Oh mein Gott, der glänzt ja durch dich. Also Leute, dann machen wir beim nächsten Mal vielleicht noch hier den Boss-Pavillon. Dann sind wir glaube ich wirklich durch mit dem Spiel. Tschüss. Tschüss. Lecken, teilen, abonnieren, kommentieren. B eten.